Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu neuen Abenteuern in den unendlichen Weiten des Weltraums. Willkommen zu meinem neuen Stellaris Let's Play. Ich spiele hier mit Banks 151 Patch und natürlich mit dem neuen DLC Utopia. Wenn ihr euch für die Neuerung dieser beiden Versionen interessiert, dann schaut euch meine Infovideos dazu an. Ich werde jetzt im Laufe des Let's Plays nicht großartig darauf eingehen, aber es wird natürlich eine Rolle spielen. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Darüber hinaus möchte ich erwähnen, ich spiele ebenso mit den DLCs New Horizon und Livia Tans. Das sind ja so Content-DLCs und beide kenne ich noch nicht. Ich habe beide immer bisher deaktiviert, also in der Hinsicht ist das blind für mich. Keine Ahnung, was da auf und zu kommt. So, dann ein vielleicht noch etwas wichtigerer Hinweis. Wir werden uns jetzt hier eine Fraktion erschaffen und die ist nicht einfach nur beliebig, sondern die hat eine Vorgeschichte und die erzähle ich in einem gesonderten Video. Das lohnt sich deshalb anzuschauen, weil ich mein Let's Play hier wie gewohnt auf meinem Kanal nicht rein spielerational hier anlegen werde, sondern ein bisschen oder vielleicht sogar auch stärker rollenspielerisch. Das heißt, es gibt Motivation, es gibt Ziele, es gibt Visionen unserer Menschheit und die werden deutlich, wenn man die Vorgeschichte kennt. Insofern, wenn ihr das intensiver verfolgen wollt, schaut euch das Video an, sonst wird euch einiges merkwürdig vorkommen, was hier vonstatten geht. So, dann lasst uns starten, ein neues Spiel und gemeinsam hier diese Fraktion erstellen. So, ein neues Reich und wir beginnen damit. Phänotyp Menschen, das ist klar, da brauchen wir nichts verändern. Und dann sind wir schon beim Speziesname, aber der ist auch relativ unspektakulär, denn wir sind Menschen. Mensch, Menschen, menschlich. Mensch, menschlich. Okay, soweit und so gut. Namensliste. Und hier kommen wir zum Schiffspräfix und da springen wir gleich mal nach vorne und definieren erstmal den Namen unseres Reiches. Und das ist, das wird in diesem Vorgeschichtsvideo erklärt, Unopia ist eine Abkürzung für United Nations of Nopia. Und das Adjektiv dazu nenne ich jetzt mal unopisch. Gut, mal sehen, wie oft das vorkommt, dieses Adjektiv. Okay, dann springen wir zurück. Namensliste und eigentlich müsste Schiffspräfix jetzt heißen UNNS. United Nations of Nopia Starship. Aber, mal ehrlich, das ist doch, da verhastelt man sich doch laufend. Ich glaube, wir kürzen auch das ab in UNS. So, okay. Was nehmen wir für ein Namensset? Humanoid 4 gefällt mir, glaube ich, am besten. Nehmen wir das, oder? Ja, da sind die Schiffsnamen vielleicht ein bisschen interessanter. Ja, hier, Jürgen Neumann ist dabei. Das ist schon ausschlaggebend. Also, wir nehmen Humanoid 3. So, dann geht es weiter. Eigenschaften. Und jetzt geht es schon ans Eingemachte. Jetzt hat es schon ein bisschen was mit der Hintergrundgeschichte zu tun. Wobei das jetzt eher, wie soll ich sagen, so ein Gefühl dafür ist, wie ich mir die Menschheit jetzt vorstelle mit der Vergangenheit, die ich da beschrieben habe. Also, sie ist auf jeden Fall charismatisch. Das gehört irgendwie dazu. Mitglieder dieser Spezies sind sehr charismatisch und man hält sich gerne in ihrer Gegenwart auf. Ja, also sie haben einnehmenden Charakter. Ja, das haben sie schon in der Vergangenheit erwiesen. Der Kern von Unopia ist ja Byzanz, wie ihr dann erfahren habt. Und die Geschichte dieser Byzantiner um Konstantinopel und die anderen Städte, ja, die haben sehr charismatisch gehandelt. Durchaus haben häufig den diplomatischen Weg gewählt. Daher dieses. So, dann gibt es aber auch so einen dekadenten Anteil daran. Wobei hier, was hier dekadent ist, Zufriedenheit ohne Sklaven, das passt nicht. Also Sklaverei gibt es eigentlich nicht in dieser Gesellschaft. Aber, was ich ganz passend finde, ist verschwenderisch. Also, sie sind durchaus den Sinnesfreuden zugeneigt. Ja, keine Kostverächter in jeder Hinsicht. Und insofern passt das Konsumgüterkosten plus 20%. Ja, als Nopisch-Konsument, ja, es gibt zwar auch so ein paar asketische Vertreter, Fraktionen möchte ich fast sagen. Aber die meisten Leute tendieren doch eher dazu, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Deswegen verschwenderisch. Dann finde ich, das passt auf jeden Fall begabt. Und, das heißt, Fähigkeitsstufenanführer plus 1. Auf jeden Fall gab es große Anführer unter den Menschen bisher. Vor allem unter den Byzantinern. Deswegen machen wir begabt. Und, was ich gerne nehmen möchte, ist langlebig. Langlebig, dadurch begründet. Ja, ihr wisst ja, dass diese Menschen seit tausenden von Jahren Nopisch konsumieren. Vor allem Rauchen. Und dazu muss man wiederum wissen, dass Nopisch ein Gewürz ist, was durchaus auch Heilkräfte hat. Und wenn man das so viele, ja, tausende gewissermaßen jetzt schon macht, dann muss das doch auch genetische Auswirkungen haben. Und das stärkt die Abwehrkräfte der Menschheit. Sie leben länger. Lebensdauer plus 15 Jahre. Gut, das sind die Eigenschaften. Damit haben wir eigentlich alle Punkte verteilt. Es kann weitergehen. Wir starten mit einem Anführer, der auch schon erwähnt wurde. Ein Mann namens Sigma Stardust. So. Wie sieht er aus? Ja, leider gibt es... Ich finde, es gibt nicht ganz so viele schöne Menschen-Gesichter. Das könnte ich mir noch ein bisschen variabler vorstellen. Na ja. Aber ich stelle ihn mir ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen schmierig vor. Den Sigma Stardust. Deswegen wählen wir mal diese Frisur hier. Und dazu gehört natürlich eine etwas byzantinisch anmutende Kleidung. Hier habe ich übrigens einen kleinen Mod geladen, der da mehr Varianten zulässt. Und hier gehen wir mal auf folgende Variante. Hier spiegelt sich schon so ein bisschen das Purpur von Byzanz wieder. Nehmen wir diese oder diese Variante. Ne, ist ein bisschen zu krass. Bleiben wir mal hier. Also ihr seht, es sind durchaus große Ästheten. Also Raum, das passt so ein bisschen, das ist so ein bisschen arabesk. Passt auch zum byzantinischen Hintergrund. Wobei, wir spielen hier nicht die Fraktion Byzanz, das muss man sagen. Aber das ist einfach der Kern der Geschichte, der Tradition, der sich da ein bisschen erhalten hat. Okay. Soweit hierzu. Achso, Herrschertitel müssen wir noch festlegen. Generalsekretär ist es. Generalsekretär, das ist der Titel der Zeit. Ja, also, Generalsekretär Sigmar Stardust von der Junopia. Weiter geht's. Heimatwelt ist die Erde. Systemname ist Soll. Startsystem ist Soll. Und wir bleiben natürlich bei der kontinentalen Welt der Erde. Und nochmal weiter, Säugetierstil ist klar. Und jetzt wird's interessant. Gesinnung. Also, hier geht's jetzt sehr um die vorangegangene Geschichte. Was natürlich ein Wesenskern ist der Gesellschaft, ist spiritualistisch. Sie glauben an die Götter Nopia, an den Nopismus, der viel mit den Ritualen, den Alten zu tun hat. Mit dem Konsum des Nopisch, mit den Visionen, die man dabei hat, mit dem Rauschzustand. Alle Religionen haben natürlich Werte, die sie vertreten. Wobei, mal ehrlich, ich will zwar jetzt ein bisschen pauschal sagen, eigentlich die Werte der Religion, die wir kennen, sind doch im Kern alle ähnlich. Alle sehr menschenfreundlich. Und so ist es bei Nopia, beim Nopismus auch. Was sie unterscheidet, sind eben die Rituale, so ein bisschen die Softskills, das Äußere. Ja, den Nopismus habe ich beschrieben. Ich habe ein bisschen überlegt, ist die Gesellschaft in irgendeiner Hinsicht fanatisch? Ich glaube nicht. Also auch noch nicht mal im spiritualistischen Sinne fanatisch. Also sie sind jetzt keine Inquisitoren, sie sind keine Heilsbringer, noch nicht. Sowas kann sich ja durchaus verändern. Deswegen lassen wir das erst mal. Was passt noch zu dieser Gesellschaft? Egalitär, finde ich. Also Egalitär ist ja jetzt hier kein Kollektivismus mehr. Das würde nicht passen. Aber Egalitär in dem Sinne, dass sie die Nopischproduktion und den Konsum, dass sie das gerecht geregelt haben. Da gibt es ein staatliches Kontrollsystem für. Und ansonsten gibt es zwar eine freie Wirtschaft darüber hinaus, aber es ist ein demokratisches System. Deswegen passt das auf jeden Fall. Und was noch? Also Pazifismus und Militarismus, das Gegensatz war, finde ich, passt hier nicht. Also die Nopisten, auch die Byzantiner früher, waren weder noch. Sie haben sich kräftig verteidigt, wenn sie angegriffen wurden, waren aber nicht besonders militaristisch. Deswegen wählen wir das nicht. Insofern, Xenophil ist vielleicht eher noch das, was zutrifft. Grundsätzlich offen erst mal Neuem. Eine gewisse Toleranz, auch eine gewisse Fähigkeit der Integration. Modernopia gewissermaßen kann alle aufnehmen. Deswegen der Xenophilismus. So, das haben wir festgelegt. Autorität in dieser Konstellation ist nur demokratisch-oligarchisch möglich. Ich denke, wir bleiben mal bei demokratisch. Das passt ganz gut. So war es auch angelegt. Der Generalsekretär wird alle zehn Jahre neu gewählt. Gut. Staatselemente. Leuchtturm der Freiheit finde ich ein bisschen fett jetzt für unsere Gesellschaft. Das passt nicht ganz so gut. Aber idealistische Grundlage gefällt mir besser. Diese Gesellschaft wurde auf starken idealistischen Werten gegründet. Und das ist eben dieser gemeinsame Bezug auf das Nopisch, auf den Nopismus. Und diese neue Vision, die hier Sigmas Dardas hineingebracht hat. Nämlich, dass das Weltraum eine neue Antwort bieten könnte. Eine neue Dimension des Glaubens bieten könnte, dass möglicherweise Nopia zu erreichen ist. Das ist das, was hier unsere Gesellschaft zusammenhält. Deswegen die idealistische Grundlage. Was passt noch? Zufluchtsort vielleicht. Wobei, wir haben ja noch keine Elegienz getroffen und so weiter. Es ist irgendwie nicht aktuell. Wir nehmen einfach mal das parlamentarische System. Alles andere finde ich nicht ganz so passend. Also, funktionale Architektur, nein. Effiziente Bürokratie garantiert nicht. Bergbau-Gelden, das passt alles nicht. Parlamentarisches System ist schon ganz gut. Bringt uns Fraktionseinfluss zu Gewinn. Ja, plus 50%. Wir sind eine theokratische Republik. Was ich irgendwie eine relativ obskure, aber nicht unpassende Konstruktion finde. Für diese Vorgeschichte. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Den Namen hatten wir schon festgelegt. Mehr gab es da nicht zu tun. Jetzt kommen wir zur Flagge. Auch hier seht ihr, da liegen ein paar Mods hinter. Ich habe die Mods übrigens in der Videobeschreibung aufgeführt. Es sind reine Grafikmods, die ich da verwende. Plus der klassische Deutsch-Patch. So, was nehmen wir hier? Wartet mal. Fiziert, nee. Was hab ich mir? Zoologisch. Dieses Symbol. Das steht nämlich für die Nopisch-Pflanze. Finde ich ganz passend. Als Primärfarbe kommt das Purpur von Byzanz raus. Und als Sekundärfarbe hier so gewissermaßen das komplett Konträre. Ein Hauch von Grün ist da mit drin. Das repräsentiert die, ja, der pflanzliche Ursprung des Nopisch und aber auch ein Hauch von Blau ist da drin. Das ist sozusagen die neue Dimension, das neue Ziel. Der Himmel, der Weltraum, der eigentlich nicht blau ist, aber ist ja egal. So, als Hintergrund nehmen wir das hier. Und das repräsentiert das Rauschhafte, das Visionäre, den Zustand, den man erreicht, wenn man Nopisch konsumiert. All dies findet sich jetzt hier in diesem Emblem wieder. Okay. Haben wir das auch. Jetzt wählen wir die Startbewaffung. Und hier tendiere ich auf jeden Fall zu Energiewaffen. Das ist aber auch eine ästhetische Frage. Wie ihr sowieso merkt, dass die Nopisten, dass die große Ästheten sind, wie man hier auch an Sigmar Stardust erkennt. Projektilwaffen, Raketenwaffen, das ist doch irgendwie so plump. Das passt irgendwie nicht. Also weiter. Und ganz wichtig, Wurmlochantrieb. Das kommt auch in der Vorgeschichte vor. Das ist sozusagen eine Vision, die der letzte Prophet des Nopismus, nämlich Sigmar Stardust, erfahren hat. Und wie man auf faszinierende Art und Weise durch den Weltraum reisen kann und möglicherweise auch dadurch Nopia sich nähern kann. Okay. Schiffsdesign ist Säugetiersstil. Und hier sehen wir schon dieses großartige Purpur in den Raumschiffen, wie es zur Geltung kommt. Wunderbar. Weiter. Damit haben wir das nochmal in der Zusammenfassung. Wir speichern das kurz. Falls irgendwas geschieht, erinnern wir uns daran. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht los. Wir müssen hier noch die Einstellung machen. Galaxiegröße bleibe ich mal bei Mittel. Das finde ich ganz angemessen groß genug mit 600 Sternen. Galaxietyp. Ja, ich weiß. Es gibt einige Freunde des Rings oder Spirale. Ich bin überhaupt kein Freund von Ring und Spirale, weil für mich, wie soll ich sagen, also Spiralen sind natürlich toll und sind auch realitätsnäher. Aber hier haben sie ja doch die Eigenschaft, dass sie gewissermaßen so eine Art Topografie darstellen und dass man erstmal über die Ringe nicht rüberkommt, über die Spiralarme meine ich. Und das finde ich irgendwie doof, weil in der Wirklichkeit sind diese Spirale natürlich fast unendlich groß. Da sind tausende, zehntausende Sterne drin. Ähm, und ja, hier fühlt sich das aber nicht so an und deswegen passt das nicht zusammen mit den unendlichen Weiden, wie ich mir die Galaxis vorstelle. Das passt am besten mit dem elliptischen Zustand. So, KI-Reiche nehme ich mal ein bisschen mehr rein. 11, ich glaube 9 ist die Standardeinstellung. KIs mit Startvorteilen nehmen wir mal 3. Gefallene Reiche 2. Bewohnbare Welten einfach verteilt. Das ist in Ordnung. KI-Aggressivität normal. Schwierigkeit machen wir mal schwer. Ähm, alle Reismethoden sind erlaubt. Reisplatzierung ist zufällig. Fortschrittliche Nachbarn aus. Das fände ich dann doch doof. Und Endgame-Krisen sind an. Okay. Gut. Dann haben wir es definiert. Iron-Modus aus. Das hat damit was zu tun, ähm, dass es immer mal Probleme mit der Aufnahme geben kann, dass ich mal eine Aufnahme wiederholen muss oder neu starten muss. Und dann macht das das, der Iron-Modus macht das Ganze schwierig. Da ist mir lieber die Konsistenz der Geschichte wichtiger. Wir gehen aufs Spielen. Und damit geht's los, Leute. Es geht los. Unopia. In den Äonen, seit die ersten primitiven Menschgemeinschaften auf den Grass-Savannen des Planeten Erde formannahmen, hat sich unsere Zivilisation ausgebreitet und vergrößert. Durch unser Streben, unser Wissen um das Universum und die Rolle, die wir in ihm spielen, zu erweitern, erzielten wir große Errungenschaften auf wissenschaftlicher und vor allem auf spiritueller Ebene. Zur Beratung unserer gewählten Herrscher beriefen wir einen Rat unserer gelehrtesten Geistlichen ein. Und diese Tradition hat bis zum heutigen Tag Bestand. Nach der erfolgreichen Schaffung künstlicher Hyperraumwurmlöcher haben die klügsten Köpfe von Unopia nun die Entwicklung der ersten Warp-Antriebe abgeschlossen. Endlich können wir selbst zu den Sternen reisen. Ja, so ist es. Wir beginnen unseren Weg, befinden uns im geliebten Sonnensystem. Und das ist fast der gleiche Ort, den wir mit dem grünen Frieden hatten. Aber Gott, es ist das Universum. Das ist unendlich groß. Es gibt nicht den gleichen Ort. In irgendeiner Dimension sind wir schon anders hier. Unser Sonnensystem. Das ist uns schon länger bekannt. Dennoch werden wir es gleich erforschen. Aber vorher schauen wir uns mal hier die Handel in den Protagonisten an. Wir haben also Sigma Stardust, dessen Herrschereigenschaften sind Fruchtbarkeitsprediger. Oh ja, das passt zu ihm. Feldproduktion plus 10%. Und er hat einen architektonischen Sinn. Baukosten minus 10%. Das ist natürlich für den Staat eine sehr schöne Eigenschaftskombination. Gut. Sigma, du hast es drauf. Du bist zu Recht unser Generalsekretär. Ansonsten hier gibt es, glaube ich, nichts erstmal anzuschauen. Kontakte auch nicht. Situationsprotokoll. Ja, dann gucken wir mal gleich bei der Technologie dabei. Oh, drei Männer. Sehr Männer lässt sich das Ganze. Meng Uyang, Ramon Solano und Qiyang Zhang. Der sieht sich ja nicht so aus wie Qiyang Zhang. Fachwissen Feldmanipulation hat er. Er hat Fachwissen Staatskunst. Und er ist wahnsinnig. Er ist deshalb gut, weil er wahnsinnig ist. So, wir beginnen mit der Physikforschung. Was nehmen wir hier? Physiklabor, Solarkorrektoren. Das bringt uns die Energieeinsparung. Ich weiß gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz auf die Erde. So viel Forschung haben wir ja eh wahrscheinlich noch nicht. Nee. Dann machen wir das so. Das nehmen wir jetzt tatsächlich. Das Solarkorrektoren-Netzwerk. Oder die Deflektoren. Nee, nehmen wir das Netzwerk. So, Ramon Solano. Flottenkapazität passt noch nicht so gut. Bio, Labor, Kultur, Erbestätte. Oh, schaut euch das mal an. Produziert vier Einigkeit. Das ist natürlich schon der Hammer. Ein Gebiet, das der frühen Geschichte unseres Reiches und seiner Bevölkerung widmet ist. Das passt ja sehr schön. Da wird den frühen Nopisten gehuldigt. Das werden wir gleich mal erfinden und auf der Erde bauen. Wunderbar. Und Qiyang Zhang. Was machst du? Verbessert der Raumhafen. Bergbau-Netzwerk. Oder Ingenieur-Labor. Machen wir mal das Bergbau-Netzwerk. Am Anfang ja durchaus wichtig, die Mineralien. Okay, das haben wir festgelegt. Wir gucken ganz kurz mal rein in die Richtlinien. Er lasse. Das sind erstmal die Standardsachen. Die werden wir so lassen. Keine Sklaverei, keine Säubung. Erstkontakt, Friedfertig. Umsiedlung verboten und so weiter. Da gibt es, glaube ich, jetzt nichts zu ändern. Alles andere hat noch keine Relevanz. Bei den Spezies sind die Rechte klar. Voller Staatsbürger. Angemessene Lebensstandards lassen wir auch. Alles andere ist sehr liberal hier. Das ist in Ordnung. Gut. So, noch was. Ansonsten schauen wir uns mal ganz kurz um. Das ist vielleicht jetzt hier das besondere Moment. Das ist die große Vision, die Wurmlochstation, die Fähigkeit Wurmlöcher zu erzeugen. Aber das ist jetzt noch nicht so interessant. Warum springe ich hier raus? Nein, wir wollen jetzt erstmal unser Universum erkunden. Nein, wir gucken erstmal, entschuldigt, auf der Erde noch nach. Das habe ich vergessen. Auch hier ein Mann. Wo sind die Frauen in diesem Reich? Gouverneur Francesco de la Vega ist hier am Start. Was hat er denn für Eigenschaften? Er ist... Achso, er war einfach nur einfacher zu rekrutieren. So. Was machen wir am Anfang? Ist Nahrung interessant. Deswegen entfernen wir mal dieses Feld. Und dann haben wir eigentlich nichts weiter zu tun, als jetzt fleißig zu erkunden. Wer ist unser Wissenschaftler? Auch ein Mann. Kirill Maximuskin. Kirill Maximuskin. Ohne besondere Eigenschaften wird er jetzt hier das System erkunden. Und wir folgen ihm jetzt erstmal. Ich glaube, wir lassen uns ein bisschen Zeit. Also wir müssen jetzt keine Hektik machen. Genießen wir erstmal die Ansicht. Sind wir eigentlich hier in einem Nebel? Oder ist das normal, dass es hier so gelb um uns herum aussieht? Das müssen wir nochmal prüfen. Er ist bei... Er kommt zu Venus. Ich meine, wir haben... Eigentlich müssten wir ja die Planeten schon in den letzten 200 Jahren genau erkundet haben. Aber wahrscheinlich gibt es jetzt neue Scanner, neue Möglichkeiten. Oh, schaut mal, dieses Purpur. Ach, herrlich. So. Jetzt ist die Sonne selbst dran. Die Venus war... Da war nichts los. Der Klasse-Gestern hat... Ja, wie soll es das auch anders sein? Zwei Energie. Und da ist die Frage, wollen wir gleich durchstarten? Wir warten nochmal Merkur ab. Ansonsten schicken wir gleich mal... Oh! Hm. Wow. Was ist hier los? Merkur. Geschmolzene Welt mit vier. Das ist ja schon mal hervorragend. Warum springe ich immer heraus? Unser Konstruktionsschiff muss gleich mal hier durchstarten. Und die erste Bergbaustation bauen. Sehr gut. So, Palas. Ein Meteoroid. Da ist nichts Großartiges los. Ansonsten auch keine besonderen... Anomalien zu entdecken. Hier wird fleißig gebaut. Sehr schön. Uranus auch mit Energie vertreten. Also, das System verspricht schon mal einiges an Reichtum. So. Auf der Erde können wir gleich mal gucken. Oh, ja, ja, ja. Wartet mal. Was haben wir hier? Auf dem Mars. Kirill Maximuschkin. Auf dieser karten und leblosen Welt gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es früher eine Biosphäre gegeben hat. Das werden wir erforschen. Das ist nämlich die Voraussetzung. Das ist auch was Neues. Was ich übrigens in meinem Infovideo vergessen habe. Ich glaube, Teil des Patches. Dass man auf kargen Welten... Dass sozusagen diese Möglichkeit, neue Biosphären dort zu terraforming zu machen, auf karge Welten beschränkt ist. Und dass man das über Anomalien erforschen muss. Und der Mars ist, glaube ich, immer. Immer, immer, immer. Also besiedelbar. Was ich auch eine ganz hübsche Sache finde. So, wir wollten auf die Erde gucken und mal sehen, wie wir jetzt eigentlich die Erde weiterentwickeln. Wir haben hier die Nahrung. Oh, da oben ist ja auch Nahrung. Aber das ist das Bessere. Ansonsten verbessern können wir nichts. Hier bauen wir dann schon mal direkt ein. Eine Hydro-Kultur-Farm. Mehr ist hier erstmal nichts zu tun. Und wir bleiben mal wieder bei unserem Forschungsschiff bei Kirill Maximuskin. Der hier den Mars etwas näher erkundet. Was aber seine Zeit dauert. Deswegen machen wir ein bisschen schneller voran. Das Konstruktionsschiff ist auch gleich fertig. Der Merkur. Ja, sehr schön. Wunderbar. Mit plus zwölf haben wir in der Hinsicht einen super Start. So, Kirill. Das dauert ja ewig. Diesen simplen Mars zu untersuchen. Da. Terraforming-Kandidat entdeckt. Unsere genaue Erkundung des Mars hat ergeben, dass es hier vor langer Zeit einmal Leben gegeben haben könnte. An den Polarkappen und unterhalb der Oberfläche des Planeten gibt es bedeutende Vorkommen an gefrorenem Wasser. Schauen wir nochmal an. Wie bitte? Wo springst du denn jetzt hin, wenn ich... Achso, doch. Ja, hier. Da ist er. So. Entschuldigt. Die Existenz vernetzter Täter... T... Vernetzter Täter. Täter legt nahe, dass das Wasser früher ungehindert geflossen sein könnte. Theoretisch wäre auf diesem Planeten Terraforming möglich, aber wir verfügen nicht über die technologischen Möglichkeiten, um diese Monometallaufgabe innerhalb eines realistischen Zeitrahmens abzuschließen. Faszinierend. Er ist ein Terraforming-Kandidat. Das sehen wir jetzt hier. Und hier könnten wir das tun, wenn wir die Technologie beherrschen. So. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Wo warst du gerade? Juno ist ein Forschungskandidat. Und ich denke, das ist dann der nächste Ort, wo wir eine Station bauen werden. Und jetzt ist der Erdenmond dran. Aber da scheint nichts Besonderes zu sein. Gut. Hier füllt sich erstmal der Nahrungsspeicher auf. Auch der Asteroid bietet nichts Besonderes. Und Saturn. Gasriese. Auch nichts dabei. Die UNS Terraschkova ist übrigens sehr schön. Das ist doch auch passend. Eine der frühen Astronautinnen. Obwohl, wie gesagt, hier Frauen offenbar keine große Rolle spielen. Ich kann das gar nicht verstehen. Haben wir irgendwas so angelegt? Konstruktion complete. So. Auf der Erde wurde das gebaut. Da lohnt sich, glaube ich, aber im Moment kein weiterer Bau. Wir warten jetzt einfach nochmal die letzten Erkundungen ab. Oh. Da ist Jupiter mit den ganzen Monden. Das dauert noch seine Zeit. Die Forschung wurde... Die Forschungsstation wurde gebaut. Ansonsten auch nicht mehr. Wir müssen fast immer überlegen, ob wir als nächstes jetzt hier... Energie abbauen. Sol oder Uranus. Na ja, mal sehen. Jetzt haben wir noch den Asteroiden. Noch haben wir ja gar nicht die Mittel dafür. Oh. Was haben wir hier? Auf diesem Asteroiden ist eine Art Raumschiff abgestürzt. Das Schiffswrack befindet sich noch immer im Einschlagrat. Hier ist es. Und wir wollen das erforschen. Mit Risiko 20%. Da kennt... Da kennt Kirill Maximuskin aber nichts. Als einer der Ersten, die hier auf diese Weise im Weltraum aktiv sind. Wobei den Nahbereich, den haben wir natürlich schon im Grundsatz bereist. Richtig spannend wird es natürlich erst, wenn wir unser Sonnensystem verlassen. Aber so weit ist es noch nicht. Jetzt will ich auch nicht vorgreifen. So, wir hätten schon wieder die 90 für die nächste Station. Und was kommt jetzt hier? Was kommt jetzt hier? Das war jetzt noch nicht mal das Forschungsprojekt, sondern wir haben einen Kontakt. Aber das sehen wir nur durch unsere Scans, glaube ich. In Sirius... Gibt's Aliens. Wow. Im Sirius-System sind wir auf unbekannte Aliens-Schiffe gestoßen. Bis wir mehr über sie erfahren können, werden diese merkwürdigen Flugobjekte als Alpha-Aliens gekennzeichnet. Okay. Wir haben ein Spezialprojekt. Endlich. Wir vom Unopia haben endlich andere Sternenwanderer getroffen. Obwohl wir ihre Absichten nicht kennen und sie uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind, kann die Stimmung auf der Erde nach dem Bericht unserer Erstkontaktflotte am besten als schwärmerisch bezeichnet werden. Ja, das passt ganz gut. Wartet mal. Können wir hier schon irgendwas sehen? Ah, ja. Solche Wesen sind es. Ja, ist die Frage. Wartet mal, was macht unser Mann? Wir müssen jetzt gucken. Spezialprojekt. Was ist das? Hier, Sozialforschung. Ich will mal gucken, ob der demnächst fertig ist. Kulturerbestätte macht er ja. Na komm, das musst du mal unterbrechen. Das ist natürlich jetzt wichtig. Das werden wir erforschen. Okay, Leute. Gut. Mit diesem einschneidenden Ergebnis beenden wir die Folge. Nein, machen wir nicht. Wir warten jetzt doch die Anomalie ab. Dann beenden wir. Mal gucken, was hier auf Ceres los war. Das hat er ja gleich erforscht. Ein abgestürzter Erzfrachter. Nach der Identifikation einer Anomalie im Gravitationsbereich von Ceres 1 hat die UNS Tereshkova das zerschmetterte Wrack eines uralten Superfrachters entdeckt, der tief in der Asteroidenkruste begraben liegt. Da der Mineralreichtum des Asteroiden deutlich höher als normal ist, muss der Frachter voll beladen gewesen sein. Sehr schön. Das bringt plus drei. Oh ja, wunderbar. Da wissen wir auch schon, was das Konstruktionsschiff als nächstes macht. Hier die nächste Bergbaustation bauen. Gut. Das war der Start. Der Start mit UNOPIA. Das Sonnensystem hat sich schon mal als sehr rohstoffreich ergeben. Ein guter Start. Und ich glaube, UNOPIA ist wirklich auf unserer Seite. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinwall.